Jagai und Madai in Klammer Chaitanya Bhagavata Madhya Kanta 13 Also spielt Prabhu Vishwambara. Doch keineswegs sahen alle Leute in Navadvipa seine Spieler. Die Leute sahen, genauso wie vorher, den gelehrten Nimai Pandit. Darüber hinaus sahen die Nicht-Bhaktas nichts von seinem Wandel. Wenn er unter seinen Dienern ist, dann treibt er seine Spiele. Wer das gute Geschick hat, ein Bhaktas zu sein, der sieht ihn. Sobald er den Kreis der Bhaktas verlässt, verbirgt er sich selbst. Eines Tages kam es ihm ganz plötzlich in den Sinn und er gab dem Nityananda und dem Haridasa den folgenden Befehl. Hört zu, Nityananda! Hört zu, Haridasa! Macht überall meine Anordnung bekannt. Geht zu jedem Haus und bittet um dies allein. Sagt Krishna, denkt liebend, verehrend an Krishna, gebt Unterweisungen über Krishna. Das ist alles. Mehr sollt ihr nicht sagen, noch die Leute sagen lassen. Und Nityananda und Haridasa gehorchten der Anordnung und machten sich sofort lachend auf den Weg. Und beide gehen zusammen von Haus zu Haus und sagen, Sprich Krishna, singe Krishna, denke liebend, verehrend an Krishna. Krishna ist das Leben, Krishna ist der Reichtum, Krishna ist der Lebensunterhalt. Also sage, Krishna, mein Bruder, voller Aufmerksamkeit. Und in Nadia gingen die beiden Herren der Welt, in Klammer Balarama und Brahma, von Haus zu Haus. Wer die beiden in den Mönchsgewändern vor seinem Hause zu sehen bekam, der lud sie schnell zum Essen ein und beide sagten, dies ist das Essen, um das wir bitten. Sag, Krishna, denke liebend, verehrend an Krishna, gebt Unterweisungen über Krishna. Und die Guten unter den Leuten freuten sich. Ja, ich werde es tun. Andere sagten, beide leiden an Sinnesstörung. Sie sind durch schlechte Gemeinschaft verrückt geworden. Der Nimaipandit hat sie alle verdorben. Andere sagten, Beide sind Boten von Dieben, die unter einem Vorwand kommen, um unsere Häuser auszukundschaften. Und sie sagten, wozu kommt ihr für nichts und wieder nichts zu den Häusern der guten Bürger? Wenn ihr noch einmal kommt, dann schaffe ich euch auf die Polizeistation. Doch Nityananda und Haridasa lachten nur. Und da sie auf die Kraft seiner Anordnung vertrauten, waren sie ohne Schwanken. Und so gingen sie täglich von Haus zu Haus und berichteten jeden Abend, was sich zugetragen hatte. Eines Tages sahen sie auf dem Wege zwei Trunkenwolde, beinahe Verbrecher. Sie waren Brahmanen, doch tranken sie, aßen Kuhfleisch, stahlen, raubten in den Häusern, setzten andere Häuser in Brand. Sie verstanden geschickt, sich der Polizei und den Aufsichtsbehörden zu entwinden. Sie torkeln auf der Straße und schlagen jeden, den sie zu Gesicht bekommen. Die Leute beobachten sie aus der Ferne und sehen, wie Haridas und Nityananda kommen. Die beiden Bösewichte benehmen sich bald freundlich zueinander. Bald ziehen sie sich an den Haaren, bald beschimpfen sie sich mit unfältigen Worten. Sie zogen durch ihre Trinkerei andere in ihren Kreis und ruinierten den Brahmanenstand mancher Brahmanen. Doch bisher hatten sie bei allen ihren Sünden noch keine Lästerung gegen die Vaischnavas begangen. Haridasa und Nityananda sehen die beiden von Ferne und fragen die Leute, wer sie seien. Und sie erhalten den Bericht, dass beide aus guter Familie stammen, aber Verbrecher seien, Trinker, Diebe, denen nichts unmöglich sei. Und Nityananda, dessen Herz voller Erbarmen ist, dachte darüber nach, wie die beiden gerettet werden können. Um die Sünder zu retten, stieg Prabhu herab und solche Sünder, wie diese beiden da, werden sich nicht so bald wiederfinden. Prabhu offenbart sich nur im Verborgenen. Die Menschen sehen seine Majestät nicht und spotten nur. Falls Prabhu diesen beiden ergreifende Gnade in Klammer Anukraha schenkt, dann kann die Wandelwelt seine Majestät sehen. Im wahren Sinn werde ich Nityananda. Fußnote 399 Eine der Bedeutungen des Wortes Nityananda ist ewiges Glück in Klammer des Gottdienens. Im wahren Sinn werde ich Nityananda, das heißt Chaitanyas Diener sein, wenn ich durch diese beiden Sünder Chaitanyas Offenbarung als der Herr verursachen kann. So, wie sie jetzt vom Weine trunken sind und nicht wissen, wer sie sind, so werden sie beim Namen Sri Krishnas trunken sein. Wenn ich sehe, dass die beiden ihn anrufen und sagen, O mein Herr und weinen, dann weiß ich, dass mein langes Umherwandeln Frucht trug. Wer die beiden heute berührt, der nimmt rasch mit den Kleidern ein Bad in der Ganga und wer sie später bloß sehen wird, der wird meinen, er habe schon in der Ganga gebadet. Nityananda spricht auf Haridas ein, beide sind Brahmanen, siehe, wie Elend heruntergekommen, im Hause des Todes ist für sie keine Rettung, lass die Menschen heute mit eigenen Augen sehen, was in den Puranas von der Rettung des Ajarmila gesagt wird. Fußnote 400 Rettung eines ganz verkommenen Brahmanen, der als Sterbender den Gottesnamen Narayana aussprach und der dadurch nicht nur von dem baldigen Tode bewahrt wurde, sondern auch Bhakti erlangte. In Klammer Bhagavatam, 6.1.21 bis 6.3.30 Haridas kennt das Wesen Nityanandas sehr gut und weiß, dass die beiden errettet werden. Haridas zu Nityananda Edler, was du willst, das will er. Da lacht Nityananda, umarmt den Haridas und sagt mit ganz zarten Worten Bravo hat uns gesagt, was wir tun sollen und deshalb streifen wir umher. Ja, lass uns zu den beiden Trunkenwolken gehen. Bravo hat gesagt, sagt allen, verehrt in Liebe Krishna, das gilt besonders für die Sünder. Auf uns beiden liegt nur die Verantwortung, dass wir es sagen. Wenn einer dann nicht tut, wozu wir ihn auf sein Geheiß auffordern, diese Verantwortung ist die Seine. Da machten sie sich auf, um Chetanias Anordnung zu befolgen und gingen in die Richtung zu den beiden. Gute Seelen warnten sie, geht nicht hin, wenn ihr hingeht, geht es um euer Leben. Wir wagen uns deswegen nicht aus dem Haus, wenn sie kommen und ihr beide wollt in eurer Tollkühnheit zu ihnen hingehen? Die beiden kümmern sich nicht darum, ob ihr Sannyasis seid. Die scheuen sich nicht einmal vor dem Brahmanentöten und Kühe töten. Doch Nityananda und Haridas hörten nicht auf die Leute und Krishna, Krishna rufend gingen sie auf die beiden zu, Voll Erwartung der Dinge. Als Nityananda und Haridas auf Hörweite herangekommen waren, fingen sie in Ausführung des Befehls des Herrn an zu rufen, sag Krishna, verehre Krishna, nimm Krishnas Namen, Krishna ist Mutter, Krishna ist Vater, Krishna ist Reichtum, ist Leben, um euer aller Willen ist Krishna Avatar geworden, also verehrt Krishna, gebt den schlechten Lebenswandel auf. Die beiden hörten das Rufen, reckten ihre Hälse hoch und schauten hin, beide Augen rot vor Wut. Als sie die Sanyasis sehen, rufen sie, Paxi, Paxi, und sie rennen, um die beiden Sanyasis festzuhalten. Und Nityananda und Haridas laufen in heller Flucht davon. Die Räuber rufen Bleibt stehen, bleibt stehen und rennen hinter ihnen her. Und die Gottlosen lachen in sich hinein. Da hat Naraina die Heuchler, die sich als Bhaktas aufspielen, geziemend bestraft und die guten Brahmanen sagen Krishna rette, Krishna rette und alle laufen voll Furcht davon. Die beiden Räuber rennen, die beiden göttlichen Herren fliehen. Die Räuber rufen, ich habe ihn erfasst, ich habe ihn erfasst, doch sie entschlüpfen. Da sagt Nityananda zu dem laufenden Haridas, hey, die sind Vaischnavas geworden, da müssen wir ja froh sein, wenn wir noch einigermaßen mit dem Leben davon kommen. Haridas zu Nityananda, was redest du bloß daher, es war ja deine Eingebung, da geht unser Leben in einem tödlichen Unfall dahin, Trunkenbolden unter Weisung über Krishna geben, da haben wir unsere gerechte Strafe für unsere Anmaßung. Beide rennen, rennen, lachend, lachend, und die beiden Trunkenbolde drohend hinterher. Die beiden Trunkenbolde waren fett und konnten sonst kaum laufen, doch hier rannten sie aus Leibeskräften schnell hinter Haridas und Nityananda und riefen, hey, wo wollt ihr hin? Wollt ihr heute dem Zugriff Chagais und Madais entgehen? Und ihr scheint nicht zu wissen, wer Chagai und Madais sind? Bleibt einmal einen Augenblick stehen und schaut euch um, wer hinter euch herrennt. Nityananda und Haridas hörten es und von heller Furcht gepackt rennen sie und rufen, rette Krishna, rette Govinda. Haridas zu Nityananda Ich kann einfach nicht mehr laufen, ich kannte dich und doch bin ich mit dem unbedacht ausgelassenen losgezogen. Aus der Hand der Mohammedaner hat mich Krishna gerettet, doch wenn ich der Eingebung des unbedacht ausgelassenen folge, so geht mein Leben dahin. Nityananda zu Haridas Hey, ich bin keines Wees unbedacht ausgelassen, denke selbst darüber nach, dein Herr ist unbedacht ausgelassen, er ist ein Brahmane und gibt Befehle aus, wie ein König. Auf seinen Befehl laufen wir zu allen Häusern und richten seinen Auftrag aus. Einen Befehl wie den seinen habe ich überhaupt noch nie gehört. Die Leute hören auch nicht auf uns und schelten uns bloß. Diebe, Betrüger, führen wir seinen Befehl nicht aus, so wäre das unser Ende. Und führen wir ihn aus, so siehst du, wie es geht. Wir haben die beiden angeredet und seinen Befehl ausgeführt und nun ist alles bloß meine Schuld. Solcher Art streiten Nityananda und Haridas im Glück des Dienens miteinander und die beiden Räuber schwer vom Wein rennen hinter ihnen her. Nityananda und Haridas kommen schnell laufend endlich in die Nähe des Hauses ihres Herrn. Die Trunkenbolde unter dem Einfluss des Weins stolpern ihnen nach, sehen die beiden plötzlich nicht mehr und stoßen einander an. Und unter der Wirkung des Weins wissen sie nicht, wo sie sind und wo Nityananda und Haridas geblieben sind. Haridas und Nityananda schauen hinter sich und sehen die beiden nicht mehr, beruhigen sich, freuen sich und gehen lachend zu Prabhu wie Schwambara. Mahabrabhu herrlich anzusehen, von den Bhaktas umgeben, spricht mit ihnen von Krishna und berichtet von seinem eigenen Wesen. Er sieht aus wie der Herr von Svetat Vipa umgeben von den Rijis in Klammer Ursehern Sanaka Sanatana und so weiter. Da berichtet Haridas wie es heute gegangen war. Da haben wir zwei ganz neue Leutchen gesehen, schwer betrunkene Brahmanen. Wir haben ihnen gesagt, sag den Namen Krishna, sie haben uns schön vertrieben. Wir sind gerade noch mit dem Leben davon gekommen. Prabhu fragt die anderen Bhaktas und Gangadas und Srivas berichten, was sie von Jagai und Madai wissen. Prabhu Ich werde es diesen Burschen beibringen. Ich werde sie ganz klein kriegen. Nityananda Tue das. Mache sie ganz klein. Solange die beiden Kerle da sind, kann ich nirgends mehr hingehen und deinen Befehl ausführen. Du bist viel, viel größer als ich. Versuche es einmal selbst und mache sie Govinda sagen. Denen, die von Natur gut sind, denen kann man sagen, sage Krishna, doch diese beiden haben Tag und Nacht nur Untaten im Sinn. Wenn du diese beiden erretten kannst und du denen die Gabe der Bhakti geben kannst, dann weiß ich, du heißt mit Recht Retter der Gefallenen. Uns erretten, was ist das schon, diese beiden erretten, das ist wahrlich erretten. Wie Schwambara sagt lachend, im selben Augenblick, da sie dich zu sehen bekamen, ist ihre Errettung schon erfolgt. Da du um die beiden so sehr besorgt bist, wird Krishna unverzüglich tun, was du wünschest. Alle Vaktas jubeln und rufen, Sieg, Sieg, Denn alle hatten die Worte Haris gehört und wussten, die Rettung ist erfolgt. Haridas ging zu Advaita und sagte, da hat mich Prabhu mit Nityananda einen unbedacht ausgelassenen losgeschickt. Wo bleibe ich und wo rennt er hin? In der Regenzeit schwimmt er in der Ganga, die voller Krokodile ist und schwimmt weit fort, um die Krokodile anzufassen. Ich bleibe vorsichtig am Ufer und rufe aus allen Kräften Warnrufe, doch er treibt voll Freude mitten im Strom. Und wenn er endlich ans Ufer kommt, da geht es erst recht los und er will die Knaben schlagen und vertreibt sie. Dann kommen die Väter und Mütter mit Stecken in den Händen, um ihn zu verprügeln. Mir bleibt gar nichts übrig. Ich muss sie anflehen, ihre Füße ergreifen, damit sie davon absehen, ihn zu prügeln. Bei den Kuhhirten stiehlt er Gieh und Sauermilch und rennt davon. Sie kommen und halten mich fest, wollen mich verprügeln. Es geht wirklich zu weit, was er anstellt. Wenn er unverheiratete kleine Mädchen sieht, fragt er sich, willst du mich heiraten? Dann steigt er auf einen Stier und ruft, Mahesha in Klammer Shiva, dem der Stier heilig ist, und melkt die Kühe anderer Leute und trinkt die Milch. Und wenn ich ihn warne, dann fordert er mich heraus und sagt, was kann Advaita mir schon tun? Und sogar, wenn ich von Chaitanya spreche, der doch Bhagavan ist, so bin ich glücklicherweise mit dem Leben davon gekommen. da kamen da kamen zwei Trunken Wolle und Nityananda lief zu ihnen und gab ihnen Unterweisung über Krishna. Die beiden wurden wütend und wollten uns einfach erschlagen. Nur durch seine Gnade sind wir noch am Leben. Lachend sagt Advaita zu Haridas, Das ist nicht erstaunlich, so wie es geschehen muss. Trinker finden die Gemeinschaft von Trinkern. Die drei Trinker gehören zusammen. Doch du bist gesetzt. Fußnote 401 Im Scherz nennt Advaita den Nityananda einen Trinker, weil er weiß, dass dieser Balarama ist. Und Balarama ist immer trunken vom Weine der Prima Bhakti. Haridas in Klammer Prama der Weltenbildner aber gehört dem Majestätsaspekt der Gottheit zu. Er ist gesetzt und tut manchmal so, als ob er den Spaß der Lila der göttlichen Lieblichkeit und Ausgelassenheit nicht verstünde. Doch du bist gesetzt. Was willst du in ihrer Mitte? Nityananda macht alle verrückt. Ich kenne ihn nur allzu gut. Du wirst sehen. In zwei bis drei Tagen wird er die beiden trunken Wolde in die Bhakta Versammlung mitbringen. Während Advaita sprach, erfasste ihn der Zorn, er vergaß die Umwelt. Schließlich verlor er sogar ein Gewand. Alle werden die Krishnabhakti Chaitanya sehen. Bravo wird alle tanzen und singen machen und alle werden seine Shakti schauen. Morgen werden die beiden trunken Wolde kommen und Nimae und Nitae in Klamer Chaitanya und Nityananda werden tanzen. Und beide werden eins werden und wir werden fortlaufen. Fußnote 402 In der Form von Tadel kommt höchster Preis zum Ausdruck. Als Haridas die Wut Advaitas sieht, lacht er, denn die Errettung der Trunken Wolde beginnt offenbar zu werden. Doch wer außer Haridas versteht Advaitas Worte? Nun geschah es, dass die beiden Trunken Wolde beim Herumschlendern zu den Stufen am Ganga Ufer kamen, wo Prabhu zu Baden pflegte. Jeder, ob reich oder arm, floh in Furcht, sobald die beiden angelangten. Am Abend wagte niemand allein zu gehen, immer schlossen sich zehn oder zwanzig Leute zusammen. Nun fügte es sich, dass die beiden in die Nähe von Prabhus Haus kamen und da im Hause Kirtan mit Musik und Trommeln und Schellen stattfand, hörten sie zu und trunken, wie sie waren, blieben sie stehen und fingen an zu tanzen. Sie hatten keine Ahnung, wo sie waren. Da sahen sie Prabhu außerhalb des Hauses und riefen und riefen, Nimai Pandit, höre nicht auf mit dem Singen, fahre fort mit dem Mangaljandi Gesang, Gesang gefällt uns, wir möchten gerne zusehen, alles was ihr braucht für die Puja, Essen, Trinken, das werden wir bestreiten. Fußnote 403 Jagai und Madai meinten, dass Chaitanya und die Seinen den Preisgesang auf die Chandi singen. Diese ist Durga in Klammer Mahamaya, die Shakti, die sehr oft von Menschen verehrt wird, die dumpfes Sinnesglück begehren. Als Prabhu sie sah, zog er sich weit zurück und die Leute, die auf der Straße gingen, machten einen weiten Umweg. Eines Tages schweifte Nityananda in der Stadt umher und abends traf er Jagai und Madai. Wo gehst du hin? fragten sie ihn. Nityananda sagte, in das Haus des Herrn, vollkommen betrunken, fragten sie, Wie heißt du? Nityananda sagte, mein Name ist Avaduta. Ganz in die Lila seines Knabenseins versunken, ließ sich Nityananda auf diese Weise in ein Gespräch mit den Trunkenboden ein, gerade als ob er im Sinn hätte, ich will die beiden retten, war er nachts dort hingegangen, wo sie waren. Als Madai den Namen Avaduta hörte, wurde er wild, und mit einem zerbrochenen Tonkrug schlug er Nityananda auf den Kopf. Der Tonkrug ging in Splitter und Blut strömte. Nityananda vergegenwärtigte sich Govinda, Jagai aber fühlte Mitleid, als er das Blut sah, und als Madai Nityananda weiterschlagen wollte, hielt er dessen Hand und sagte, Wozu, wozu so grausam? Das ist ein Mensch aus einem anderen Land. Ist das etwas Großes, ihn zu schlagen? Hey, Avaduta, lauf fort, lauf fort. Hey, schlage nicht. Es ist nicht gut, einen Sanyasi zu schlagen. Da liefen die Leute schnell zum Mahabrabu, um es ihm mitzuteilen. Und er kam sofort dabei mit allen seinen ewigen Begleitern aus Vaikuntha. Blut strömte über den Leib Nityanandas. Und doch steht Nityananda lachend zwischen Chagai und Madai. Als Prabhu sah, dass Nityananda blutete, war seine Wut schrecklich. Er war nicht mehr im Bewusstsein der Außenwelt. In Klammer, das heißt, er war sich nicht bewusst, dass er im Allgemeinen nicht zum Ausdruck bringen will, dass die Fülle der Majestät in ihm immer gegenwärtig ist. Und er ruft mit tiefer Stimme Chakra, Chakra, Chakra und sofort war das Chakra da. Fußnote 404 Das Chakra, das Rad, ist eine der Waffen Gottes, dem Majestätsaspekt Bhagawans zugehörig. Diese Waffe tötet die Feinde Gottes, aber gibt ihnen zugleich erschreckend klare Erkenntnis davon, dass er Gott ist. Und Chagai und Madai sahen es mit ihren eigenen Augen. Alle Bhaktas erwarteten eine große Gefahr, Da bat Nityananda den Herrn. Chagai hielt den Madai davon ab, mich zu schlagen. Es ist ein reiner Zufall, dass Blut fließt. Gib mir die Leiber dieser beiden. Ich habe keine Schmerzen. Bitte beruhige dich. Als Prabhu hörte, dass Chagai den Nityananda geschützt hatte, freute er sich, umarmte den Chagai und sagte, Möge Krishna dir Gnade erweisen. Damit hast du mich gekauft. Du kannst erlangen, was du begehrst. Von heute an sei dir Brema Bhakti zuteil. In Klammer, das heißt nicht bloß Bhakti. Jubel der Bhaktas. Chagai wird in Brema ohnmächtig. Prabhu sagt, stehe auf Chagai und siehe mich an. Ich habe dir heute Brema Bhakti gegeben. Und Chagai sieht den Herrn vierarmig mit Muschel, Rad, Keule und Lotus. Und er wird von neuem ohnmächtig. Fußnote in seine Lila als göttlicher Held und Naraina in seiner Gottes Majestät. Und Goranga Sundara setzt seinen Lotus Fuß auf Chagais Brust. Ein Glück, das sonst nur der Lakshmi zuteil wird. Und Chagai weint. Chagai und Madai waren immer eine Seele, nur zwei Leiber sozusagen. Gutes und Schlechtes, alles hatten sie im Leben gemeinsam getan. Fußnote 406 Chagai und Madai sind Chaya und Vijaya, die von den vier Söhnen Brahmas verflucht auf Narainas Wunsch in drei aufeinander folgenden Geburten als Dämonen von Bhagavan getötet werden. In Klammer Bhagavatam 7.1.35 bis 46 Ein Gedanke Ein Wort Chaitanyas und das Rat Chakra ist da. Sobald er sich als Herr erlebt, wird aus seiner göttlichen Allfülle die sämtliche Gottes Aspekte umfasst, die vierarmige Gestalt des Gottes der Majestät sichtbar. Also göttliche Härte, Zorn und der Anblick des schreckenerregenden Chakra bringen Chagai und Madai je zum Bewusstsein ihres Vergehens und zur Umkehr. Erst als Chagai durch den Willen Chaitanyas Prima Bhakti und damit die Kraft des Gottschauens erhält, hat er die Möglichkeit, die ewige vierarmige Gestalt des Herrn zu sehen. Als Prabhuddin Chagai ergreifende Gnade erwiesen hatte, wurde auch Madais Herz sofort zum Guten gewendet und er fällt vor Nityananda der Länge nach auf den Boden und berührt dessen Füße und sagt, wir beide haben zusammen Sünde begangen, warum erweist Prabhu nur einem von uns Gnade, oh hilf, dass auch ich errettet werde, ich bitte dich. Prabhu sagt, ich sehe keinen Weg der Rettung für dich, denn du bist dafür verantwortlich, dass Blut über Nityanandas Leib strömt. Madai, bitte sage das nicht, warum gibst du dein eigenes Wesen auf, das darin besteht, Gnade zu schenken, allen, den Asuras, die mit Pfeilen nach dir schossen, als du dich als Rama offenbartest, denen hast du doch Befreiung Muck dir gegeben, Prabhu, doch dein Vergehen ist unvergleichlich größer als das der Asuras, denn du machtest Nityanandas Blut fließen. Der Leib Nityanandas ist von viel größerer Bedeutung als mein eigener Leib, das sage ich dir, es ist so. Madai, wie soll ich dann von meinem Vergehen frei werden? Du bist der größte aller Ärzte, vernichtest alle Krankheiten, wenn du mich behandelst, mag ich gesund werden. Oh, Prabhu, das ist dein Wesen, warum verstellst du dich mir gegenüber? Dass du der Herr der Welt bist, ist bekannt. Kannst du dich vor irgendjemanden verheimlichen? Prabhu, du hast ein zu großes Vergehen begangen, falle dem Nityananda zu Füßen, Madai tut es abermals, und er greift Nityanandas unschätzbare Füße, wer diese Füße ergreift, der kann nie zugrunde gehen. Wie Schwambara sagte, Nityananda, er fiel zu deinen Füßen, man sollte ihm vergeben, er verursachte, dass dein Blut floss, du bist der, von dem er Vergebung erhalten muss. Nityananda Prabhu, was sagst du nur, du vermagst alle Gnade zu schenken, du hast die Kraft, ich diene dir in jedem Leben, und heute hast du mir den Madai übermacht, und ich vergebe ihm alles. Sprich nicht von einem Vergehen, Madais gegen mich, bitte verstelle dich nicht, erweise ihm Gnade, wie Schwambara sagte, wenn alle ihm vergeben, dann umarme den Madai, und Nityananda umarmte den Madai, und dieser wurde frei von aller Bindung an die Welt, und Nityananda ging hinein in den Leib Madais, und Madai wurde mit aller Kraft ausgestattet, in Klammer, die Kraft zu dienen, da fallen beide zu den Füßen Chaitanyas und Nityanandas und Prabhu sagt, sündigt nicht von Neuem, Chagai und Madai nie wieder, ich habe euch wirklich befreit, alle Sünden von Millionen Geburten nahm ich hinweg, die Verantwortung dafür übernahm ich, doch sündigt nicht von Neuem, dann will ich durch euren Mund essen und in euren Leibe werde ich Manifest Avatar werden. Fußnote 407 Bhagavans Shakti, die untrennbar von ihm ist, schmeckt das Essen, das ein wahrer Bhakta als Teil seines Gottdienens zu sich nimmt. Da fielen Chagai und Madai ihm zu Füßen und mächtig Verglück. Als sie wieder bei Bewusstsein waren, gab Prabhu den Auftrag, die beiden in sein Haus zu bringen. Er wollte mit ihnen zusammen Kirtan tun. Nithyanandas Versprechen wird erfüllt. Die beiden berühren ist so viel wie in der Ganga baden. Alles geschieht nach Nithyanandas Wunsch und alle gehen in Prabhus Haus hinein, doch nur seine eigenen Bhaktas. Die Tür wird verriegelt. Niemand sonst darf herein und Mahabrabhu sitzt nieder. Nithyananda und Gadathara zu seinen beiden Seiten und vor ihm sitzt Advaita im Kreise herum die Vaishnavas, Haridas, Garuda, Ramayi, Srivasa, Gangadasa, Vakreshvara Pandit, Chandrasekara Acharya und alle anderen, die über Prabhu wohl Bescheid wissen. Und sie saßen zusammen mit Jagai und Madai. Und Jagai und Madai singen ein Preislied und alle Bhaktas hören zu. Die lautere Sarasvati war auf ihrer Zunge. Jagai und Madai hatten die Offenbarung Mahabrabhus und Nityanandas gesehen und preisen sie. Prabhu Diese beiden sind nicht mehr zwei Trinker sondern meine Diener. Ihr alle schenkt ihnen Gnade, damit sie nie in keiner Geburt mehr von mir abweichen. Und falls die beiden früher irgendein Vergehen gegen einen unter euch begangen haben, vergebt ihnen. Jagai und Madai fallen allen Bhaktas zu Füßen. Alle segnen sie und sie wurden frei von allen vergehen. Alle sind in ekstatischer Freude. Offenbarung von Kirtan findet statt. Prabhu wie Schwambara tanzt mit Nityananda und die Weichna was rings um sie herum singen. Advaita tanzt. Er um dessen Willen Chaitanya Avatar wurde. Um dessen Willen die Welt errettet wird. Alle tun Kirtan, schlagen in die Hände zum Takt und alle tanzen mit. Und in großem Glück bleibt nichts von Furcht vor dem Herrn und es geschieht unzählige Male, dass sie im Tanz mit ihm zusammen stoßen. Die Mutter zusammen mit ihrer Schwiegertochter schaut vom Inneren des Hauses her zu und treibt im Ozean von Glück. In Gedanken an Krishna haben sich alles selbst vergessen und mit den beiden Trinkern tanzt Prabhu. Er hatte die beiden zu großen Bhaktas gemacht und tanzt mit ihnen zusammen. Dann sitzt Prabhu gore gore sonder nieder alle Bhaktas um ihn herum aller Leib voller Staub und doch aller Leib ganz und gar lauter. Lachend sagt er nun betrachte die beiden in keiner Weise mehr als Sünder denn ihre Sünde habe ich vernichtet. In allen Leibern bin ich in Klammer er spricht hier wieder wie früher als innerer Lenker in allen Wesen. Weil ich da bin handeln sie gehen sie sprechen sie und erst wenn ich fort gehe dann fällt der Leib leblos hin. Wenn der Jiva im Leibe Schmerzen fühlt meint er zu sterben. Und doch wenn ich nicht fort gehe bleibt der Leib lebend auch wenn er ins Feuer fällt aber der Jiva leidet und das ist die Folge davon dass er sich in seinem Ich Gefühl in Klammer Ahankara mit Leib und Geist einsetzt und meint ich tue ich spreche in Wirklichkeit mache ich die beiden tun was sie getan haben und ich hebe wieder auf was sie taten Ihr Vaischnavas alle nehmt es zur Kenntnis dass die beiden als von mir unabtrennlich angesehen sind genauso wie ihr alle da weinen alle Vaischnavas und beugen sich tief vor Jagai und Madai und der Herr geht mit allen zur Gang in der Freude des Kirtan sind die Bhaktas fast so wie Kinder und steht ausgelassen auch die gesetzten und die alten alle sind wie Kinder das ist die Shakti der Bhakti zu Vishnu lachend spielt Bravo mit den Bhaktas im Wasser mit Advaita und Nityananda Haridas Srivas Mukunda und allen schließlich spielt er Wasserwettkämpfe mit Gadathara Nityananda spielt mit Advaita und seine Bhaktas spielen in Gruppen mit mit und an